Du willst Eis ohne Farbstoffe und Aromen? Du stehst auf Natur pur? Das kannst du leichter haben. Liebe SWN-Zuschauer, heute seht ihr einen Film und zwar über den Zwangsarbeiterweg und dann anschließend eine Kundgebung zu einem Jahr Ukraine-Krieg und die Gedanken dazu von Agnes Konrad. Viel Spaß beim Zuschauen des Films. Agnes, seid ihr bereit? Wir sind bereit. Dann bin ich auch bereit. Ich begrüße euch recht herzlich hier an dem Ausgangspunkt unseres Weges, den wir heute beschreiten wollen. Also die Veranstaltung gliedert sich in zwei Teile. Ich wäre führen, verstehen alle? Zur Not hätten wir noch den Werner Enke da. Wir könnten aufteilen, aber ich denke, so geht es auch. Alle hören was, ja? Dann ist gut. Ja, ich begrüße euch recht herzlich im Namen der Initiative gegen das Vergessen. Wir geben jetzt den Zwangsarbeiterweg und es geht dann über in die Kundgebung an der Station 7, am Ende des Zwangsarbeiterweges, am Denkmal 3 Linden. Die Initiative gegen das Vergessen hat sich über viele Jahre mit der Zwangsarbeit in Schweinfurt beschäftigt. Der eine oder andere kennt noch den Klaus Hoffmann, der das ganz wesentlich betrieben hat. Aber es gab auch noch andere, die da unterstützt haben, bei der geschichtlichen Erforschung der Verhältnisse und dann aber auch bei der Betreuung ehemaliger Zwangsarbeiter in der damaligen Sowjetunion oder später dann eher im Bereich der heutigen Ukraine. Die Zwangsarbeit, wenn man sich die Geschichte Schweinfurt in so einem Heimatmuseum vorstellt, dann ist die Geschichte der Zwangsarbeit so ein heimlicher Kellerraum. Und wenn dann einer was wissen will, schließt der Hausmeister auf und sagt, ganz verschämt, da gibt es auch noch was. So kann man sich das vielleicht bildetig vorstellen. Und die Initiative hat lange Zeit große Widerstände erfahren, weil die Firmen dichtgemacht haben. Die haben einfach gesagt, wir haben nichts. Seitens der Stadt gab es zwar Unterlagen, aber man hat das alles sehr bedeckt gehalten. Es gab auch kaum aktive Erinnerungen aus unterschiedlichen Gründen. Also die, die heute 85 sind, die waren damals Kinder, die waren nicht in Schweinfurt. Die waren im Kinderlandverschickung in der Rhön oder im Steigerwald. Und man hat auch aktiv die ganze Geschichte der Zwangsarbeit verdrängt. Das war ein unangenehmes Kapitel. Und viele haben eigentlich Entbehrungen und Verzicht erst nach 1945 erlebt. Und es stand dann viel stärker in Erinnerung als das Elend der anderen, nämlich das Elend der Zwangsarbeiter. Die, den Weg, den wir bestreiten, das sehen wir hier auf dem grob bezeichneten Lageplan. Wenn man sich hier rechts vorstellt, das war das Zwangsarbeiterlager Obere Weide. Das waren die Zwangsarbeiterlager von SKF, von damals Fichtel und Sachs und Starr. Und wir gehen jetzt praktisch mittendurch und kommen dann an das Kugelfischerlager mittlere Weide. Und man kann sich ungefähr die Ausmaße vorstellen, hier rechts und hier links. Da waren zum gleichen Zeitpunkt etwa 4.500 Zwangsarbeiter untergebracht. Dazu gab es noch Lager an anderen Stellen, in Wirtshaussälen und Ähnlichem. Dort waren vor allen Dingen Franzosen, also Westeuropäer untergebracht. Die hier untergebrachten Zwangsarbeiter in den beiden großen Lagern waren hauptsächlich aus der damaligen Sowjetunion. Da haben ja weder die Täter noch die Opfer unterschieden zwischen Ukrainer und Russen oder Belarusen. Das waren einfach Ostarbeiter, die da untergebracht waren und in den Fabriken arbeiten mussten. Zur Initiative noch, damit ich die Zettel vielleicht mal los wäre. Die Initiative hat noch mehrere andere Aktivitäten gestartet, die in dem Prospekt sichtbar sind. Also hier geht es um die Frage, wo kamen die Zwangsarbeiter her? Ich habe es ja schon gesagt, aus unterschiedlichen Ländern. Zum einen hat das Deutsche Reich alles daran gesetzt, Zwangsarbeiter freiwillig zu rekrutieren. Das hat überhaupt nicht funktioniert, obwohl man in den Heimatländern schwer Druck ausgerüttet hat. Die Nazis selber sprachen davon, dass etwa 200.000 der Zwangsarbeiter tatsächlich freiwillig auf Deutschland kamen. Die Gesamtzahl der in Deutschland eingesetzten Zwangsarbeiter wird auf etwa 12 Millionen geschätzt. Man muss sich ja mal von der Dimension her vorstellen. Das Deutsche Reich, also mit den damaligen Ostgebieten, hatte etwa 60 Millionen Einwohner. Und davon dann waren natürlich viele in der Armee. Die Zwangsarbeiter hatten die Funktion, in den Fabriken, in den öffentlichen Dienst und so weiter, die Soldaten zu ersetzen. Und dann eben 12 Millionen, die im Zeitraum 1941 bis 1945 als Zwangsarbeiter hier eingesetzt waren. Es gab verschiedene Kategorien. Eine Kategorie, oder sind noch welche, haben die damit zu tun? Ich glaube, es sind Gegendemonstranten. Wenn es Demonstranten sind, aber da würde ich gerne jetzt noch etwas nachfragen, weil ich bin leider viel zu spät gekommen. Was willst du nachfragen? Ich würde jetzt einfach gerne nachfragen, in welchem, also wir gehen den Weg, das weiß ich, aber ich bin eigentlich auch durchaus dazu, hierher heute gekommen, weil ich trauere natürlich schon mit dem, was momentan passiert, dass wir einen Krieg haben und dachte, jetzt heute ist auch, also ich habe zum Beispiel eine Transparent für mich mitgebracht. Ja, das ist alles am Ende statt. Ah ja, genau, weil ich nämlich gedacht habe, dass ich irgendwie, dass wir uns auf etwas geeinigt haben. Das ist ein Vergegnis vergessen und es geht dann über in eine Grundgebung, die dann die heutigen Verhältnisse anspricht. Das wird aber am Schluss, an Station 7 passieren. Also alle Unklarheiten beseitigt. Also jeder wird seinen Platz finden. Gut, jetzt bin ich allerdings ein bisschen herausgekommen. Ah ja, jetzt habe ich es wieder. Und ein wichtiger Unterscheidungspunkt. Wir finden, wir fanden hier damals kein Konzentrationslager vor. Das muss man nochmal deutlich unterscheiden. Die Lager waren, also die Rekrutierung der Zwangsarbeiter lief ganz normal über die Arbeitsagenturen. Die Arbeitsagenturen waren zuständig. Die Verwaltung des der hiesigen Zwei-Lager lag bei der Schweinfurter Großindustrie. Die haben die zur Verfügung, also die Baracken geplant und die Menschen dort untergebracht. Die Arbeitsagentur ist allerdings sehr perfide vorgegangen. Formal haben die alle Lohn erhalten, wie die deutschen Arbeiter auch. Es kam dann auch zu einer Auszahlung von kleineren Beträgen, mit denen die allerdings nichts kaufen konnten. Es gab ja nichts. Es gab ja nur Lebensmittel auf Lebensmittelmarken. Die konnten eher mal ein Kamm oder irgend sowas kaufen, aber keine Lebensmittel. Und die Bewachung erfolgte über Landwehreinheiten, also nicht über die SS oder so, was man aus dem KZ ja üblicherweise kennt. Die Bewachung lief über Soldaten, die halt nicht so richtig kriegsverwendungsfähig waren und in den Landarmeeinheiten eingesetzt waren. Da gibt es auch an einer anderen Stelle ein Bild, wo man die ganz gut erkennen kann. Das System war aber hier nicht weniger dramatisch. Ein KZ hatte ja bestimmte Ausprägungen, also politische Gegner entrechten und demütigen oder umbringen oder eben die Vernichtung von Menschen, wie wir es bei den Juden ja wissen, der industrielle Mord, dieser Zivilisationsbruch. Hier ging es darum, und das hat der damalige Chef der Arbeitsorganisationen deutlich gesagt, der Fritz Saugl, es ging eigentlich um die Pervertierung der Arbeitswerttheorie. Also möglichst wenig Einsatz an Lebensmittel, an Arbeitssicherheit und so weiter und maximale Ausbeutung der Arbeiter. Also im Prinzip die Arbeitswerttheorie, wie sie im Terrorismus eine Rolle spielt, aber total pervertiert. Das heißt, die Lebensmittelversorgung, da kommen wir noch dazu, einfach alles so gering wie möglich und die Ausbeutung maximal. Und das war halt nur möglich, weil die Arbeitsorganisation sehr arbeitsteilig war. Man konnte mit wenig Anlernzeit die Zwangsarbeiter in den Fabriken entsprechend zum Einsatz bringen. Die Herkunftsländer waren also, wie ich bereits gesagt habe, also einmal aus dem Westen. Die wurden nachher etwas besser behandelt. Die zweite Gruppe kam dann aus Osteuropa, aus der heutigen Ukraine. Es gab dann noch Zwangsarbeiter aus dem Kreis der Italiener. Die Italiener haben sich ja 1944 entscheiden können, ob sie mit Mussolini weiterkämpfen oder nicht. Und die sich nicht für den Weitereinsatz ausgesprochen haben, wurden dann von den Deutschen verhaftet und als Zwangsarbeiter eingesetzt. Die waren so ziemlich die unnäßte Kategorie, weil sie eben als Verräter wahrgenommen wurden. Also soweit die Herkunft und die Ausmaße des Lagers. Wir gehen jetzt zur Station 2. Noch mal von meiner Seite aus einen herzlichen Dank an Norbert und an Werner, da hinten stehen Sie für die Führung. Auch noch mal an Herbie für die Technik. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, die Ukrainer haben uns inzwischen verlassen. Das liegt daran, dass Ihnen nicht bewusst war, was wir hier heute machen. Sie wussten nicht, dass wir den Zwangsarbeiterweg gehen. Sie hatten damit gerechnet, dass eine große Kundgebung stattfindet. Nicht, dass wir erst den Marsch gehen und danach noch eine Kundgebung anschließen. Ich habe versucht, mit Ihnen zu reden. Leider waren Sie nicht bereit, noch bis zum Ende zu bleiben, was auch verständlich ist. Viele von Ihnen hätten es nicht ganz verstanden und die Übersetzung war immer ein wenig schwierig. Außerdem haben Sie kritisiert, dass keine Polizei bei uns mitgelaufen ist. Die Polizei ist natürlich informiert, des Ordnungsamtes informiert. Aber dadurch, dass eben keiner da war, war es für Sie dann noch mal ein Gefühl der Unsicherheit. Vor allem auch, weil wir heute ein Jahr Ukraine-Krieg haben und für den Fall, dass es Überfälle gegeben hätte, wollten Sie dann lieber woanders hingehen. Das tut mir sehr leid. Denn letzten Endes geht es heute um Kriegsopfer, vor allem eben auch die Opfer des Ukraine-Kriegs, den wir jetzt eben seit einem Jahr führen. Das ist der, der, glaube ich, bei uns gerade am präsentesten ist. Es ging aber natürlich auch noch mal um unsere eigene Geschichte hier in Schweinfurt, um den letzten Krieg, den wir direkt miterlebt haben. In der Ukraine beteiligen wir uns vor allem mit Waffenlieferungen, aber wir verstehen nicht richtig, wir kriegen nicht richtig mit, was das tatsächlich dann in der Ukraine macht, wie die Leute das erleben. Und deswegen war für uns heute noch einmal der Hintergedanke, diesen Weg zu gehen und eben zurückzuschauen auf den Zweiten Weltkrieg und wie das für die Zwangsarbeiter hier war. Und von dort aus dann wirklich in den Ukraine-Krieg zu gehen, in dieses eine Jahr, das wir jetzt heute miterleben müssen. Leider ohne klares Ende in Sicht. Ich danke noch mal allen für ihre Spende an die Initiative gegen das Vergessen. Ihr habt vorhin die Flyer gesehen. Ihr wisst, diese Führungen sind nur ein kleiner Teil von ihrer Arbeit. Sie sind wirklich dafür da, sich hier in Schweinfurt und Umgebung mit unserer Geschichte zu beschäftigen und uns die Möglichkeit zu geben, dass wir uns damit befassen und dann daraus unsere eigenen Schlüsse ziehen. Das ist, glaube ich, vor allem jetzt in einem Jahr Krieg in Europa für uns besonders wichtig. Ich beschäftige mich, glaube ich, wie ihr alle seit einem Jahr besonders intensiv damit, wie man mit Krieg überhaupt umzugehen hat. Da gibt es auch keine, vielleicht keine komplett richtige oder komplett falsche Lösung. Ich muss sagen, dass ich mir immer noch unsicher bin bei vielen kleinen Details, wie ich jetzt überhaupt dazu stehen soll. Ich finde es aber immer wichtig, die eigene Geschichte zu reflektieren. Daraus zieht dann jeder sehr unterschiedliche Schlüsse. Das haben wir in den Debatten bemerkt. Und das macht es für mich auch heute unmöglich, für das Friedensbündnis zu sprechen, das diese Veranstaltung hier angemeldet hat. Uns eint alle, dass wir uns Frieden wünschen. Wir sehen aber sehr unterschiedliche Wege, wie dieser Frieden erreicht werden kann. Wir haben uns zu unserer ersten Sitzung getroffen, circa zwei Wochen nach unserer Großveranstaltung auf dem Marktplatz. Damals in der Woche, in der der Ukraine-Krieg angefangen hat. Und wir waren uns im ersten Moment nicht sicher, wie weit unsere Perspektiven überhaupt auseinanderliegen würden. Unser Bündnis besteht ja aus den unterschiedlichsten Parteien, aus Glaubensrichtungen und anderen Überzeugungen. Aber es hat sich sehr schnell herauskristallisiert, dass es keinen Zweifel daran gibt, dass es sich hier um einen klaren Angriffskrieg von Putins Seite auf ukrainische Staatsterritorium handelt. Seine Schuld an der Aktion hat trotz der Spannbreite niemand relativiert. Es ist klar, dass die Invasion ein Kriegsverbrechen und damit ein vorsätzlicher Bruch des Völkerrechts ist, der Prinzipien der Charta der Vereinten Nationen und der Sicherheitsgarantien, die die russische Föderation der Ukraine selbstvertraglich zugesichert hatte. Daraus wurden Mitte März für uns drei Dinge klar. Wir fordern einen umgehenden Waffenstillstand. Zivilisten dürfen nicht aufgrund der Taten ihrer Regierungen ausgegrenzt werden und die Folgen des Krieges dürfen nicht von den sozial Schwächsten geschultert werden. Wir haben uns außerdem darauf geeinigt, dass wir die ökologischen Auswirkungen zur Kenntnis nehmen. Über alle anderen Dinge konnten wir uns aber nicht einig werden. Deswegen kann ich von hier aus auch nur meine eigene persönliche Meinung vertreten. Das muss ich noch einmal ganz klar sagen. Ich spreche nicht für die CSU, ich spreche nicht für die SPD, ich spreche nicht für die Grünen, für irgendeine Kirche oder irgendjemand anderen. Ich stelle mich noch einmal kurz vor. Mein Name ist Agnes Konrad. Ich bin Teil des Friedensbündnisses und organisiere die Veranstaltungen immer maßgeblich mit. Dabei bin ich die Vertreterin für die Linkspartei. Vor einem Jahr war ich noch sehr zögerlich, zu dem Thema etwas zu sagen. Das hat sich auch ehrlich gesagt nur marginal geändert, weil ich bis zum Schluss geglaubt hatte. dass Putin nicht eine große militärische Aktion über weite Teile des ukrainischen Staatsterritoriums ausführen würde. Die Art der hybriden Kriegsführung, die wir auf der Krim gesehen haben, etwas in der Art konnte ich mir vorstellen. Im Donetsk und in Luhansk. Und natürlich habe ich überlegt, wie wir als westliche Staatengemeinschaft dann darauf reagieren sollen, um die Menschen und die territoriale Integrität dieser Regionen zu schützen. Dabei blieb es dann aber nicht. Und dass sich dahinter ein strategisch gut durchdachtes und gut informiertes Konzept versteckt, das wage ich bis heute zu bezweifeln. Aber die russischen Angriffe haben so oder so viele Menschen um ihre Heimat gebracht. Ich durfte dann im Rahmen unserer Aktionen mit Ukrainerinnen reden, die im Detail geschildert haben, wie sie Freunde und Familie verloren haben. Sie sind nach Deutschland geflüchtet, während viele ihrer Bekannten noch in den Kriegsgebieten sind. Ich hatte ein Gespräch mit einer Ukrainerin, die bereits 2014 aus der Krim mit kleinen Kindern ins Inland fliehen musste und deren Eltern immer noch in Hake fahren und fest entschlossen, ihre Heimat nicht mehr zu verlassen. Und als es dann mit der Zeit immer klarer wurde, dass Russland nicht plant sein, einmal schnell aufzugeben oder sich auf faire Verhandlungen einzulassen, hieß das für sie also, dass ihre Eltern entweder unter russischer Besatzung in ihren politischen und ihren zivilen Rechten eingeschränkt werden würden oder aber, dass sie im Laufe von militärischen Auseinandersetzungen zu Schaden kommen könnten. Und ihr wisst, die meisten Ukrainerinnen und Ukrainer sind deswegen für weitergehende militärische Unterstützung von unserer Seite auch mit schweren Waffen. Und das kann ich Ihnen im ersten Moment gar nicht verübeln. Denn ich stimme Ihnen darin zu, dass zu einem wahren Frieden auch soziale und politische Gerechtigkeit gehören müssen. Und das wird zur Zeit ganz einfach nicht gegeben, wenn wir jegliche Unterstützung abziehen würden. Ich verzweifle allerdings, dass wir in unserer Unterstützung immer die richtigen Schwerpunkte gesetzt haben. Wir haben in den letzten Monaten die Erfahrung gemacht, dass Putin sein Wort eigentlich nicht hält. Ich verstehe jeden, der sagt, dass Verhandlungen in diesem Moment sinnlos sind, insbesondere, weil man über den Status des ukrainischen Staatsterritoriums verhandeln würde. Was ich aber von Anfang an kritisiert habe, das ist, wie wir an die Sache herangegangen sind. Wir haben immer noch kein offizielles, klar definiertes Ziel, was genau wir mit unseren Waffenlieferungen verfolgen und erreichen wollen. Es geht alles in dieselbe Richtung, aber mir fehlt immer noch diese klare Aussage von Seiten der Bundesregierung, was letzten Endes das Ziel ist. Unsere Sanktionen haben immer noch jede Menge Schlupflöcher. Sanktioniert sind auch vor allem die Superreichen. Aber wenn man ihren Besitz in Europa beschlagnahmt, können sie sich woanders wieder etwas aufbauen. Das gilt aber nicht für zehntausende russische Millionäre, die Putins breiteres Rückgrat bilden und nicht so umfassend auf den Sanktionslisten stehen. Und gleichzeitig ist es schwierig, den richtigen Umgang mit der breiten russischen Bevölkerung zu finden. Das Friedensbündnis hatte schließlich gefordert, dass Zivilisten nicht für die Taten ihrer Regierungen verantwortlich gemacht werden. Das hat aber im Verlauf nur teilweise funktioniert. Und natürlich tragen Russen und Russinnen einen Teil zu ihrer Eskalation bei, wenn sie nicht öffentlich protestieren. Aber schauen wir uns nochmal die Lage der Zivilisten genauer an. Ukrainische Flüchtlinge haben hier zwar insgesamt mehr oder vielleicht auch einfach eine bessere Hilfe erhalten, als wir sie noch 2015 gegeben haben. Aber trotzdem gab es immer wieder Probleme auf den Ämtern, in der Unterbringung, bei Geldsorgen, in der Schulbildung und bei vielem mehr. Außerdem durften zwei junge Ukrainer, die hier 18 geworden sind, natürlich hier bleiben. In der öffentlichen Debatte haben wir aber meiner Ansicht nach sehr ungenügend darüber gesprochen, wie wir es mit der Aufnahme von Kriegsdienstverweigerern halten. Nicht, weil sie abgewiesen werden würden, sondern weil es in meinen Augen immer noch eine persönliche Entscheidung ist, ist, ob man sich an militärischen Kampfhandlungen beteiligen will oder eben nicht. Für jeden, der das nicht will, hätten wir ein ganz klares und kontinuierliches Zeichen setzen müssen, dass jeder Zivilist, der sich nicht militärisch beteiligen will, hier willkommen ist. Und dass das letzten Endes nicht nur für die Ukrainer gilt, sondern auch für Russen, die eingezogen werden sollen. Aber, wie gesagt, es ist schwierig, überhaupt den Kontakt zur russischen Bevölkerung zu halten. Natürlich darf man dieses Kriegstreiben nicht finanziell unterstützen. Wenn wir uns aber von allen Kommunikationswegen abkoppeln, die wir nach Russland haben, bleibt uns am Ende nur noch der eine politische Ansprechpartner und der lässt nicht gut mit sich reden. Das macht es auch einfacher für Russland, Propaganda in der eigenen Bevölkerung zu verbreiten und Leute für den Krieg zu gewinnen. Zumindest zivile und wissenschaftliche Kommunikationswege hätten wir nicht in der Menge fallen lassen sollen, sondern wir hätten sie als Chance nutzen sollen, auch unsere eigene Perspektive dazu verbreiten und weitere Hintergründe zu geben. Denn es gibt durchaus Russen, die den Ukrainern wohlgesonnen sind oder die zumindest keinen Krieg wollen. Aber wenn die einzig sichtbare Reaktion auf ihre Kritik die gewaltsame Auflösung von Demonstrationen ist, dann zündet das natürlich keine Lauffeuer. Wo waren da die Symbole von unserer Seite? Und wir wissen, dass zwar potenziell viele, wenn nicht alle Russen, vor allem auch in Beamtenjobs eingezogen werden können für diesen Krieg. Zurzeit kommt die Mehrheit der russischen Soldaten aber aus sehr ärmlichen Verhältnissen, in denen sie keine Zukunftsperspektiven haben. In anderen Worten werden hier die sozial Schwächsten herangezogen, um einen Krieg zu führen, von dem sie letzten Endes nichts haben und den sie sehr wahrscheinlich auch nicht gewinnen werden. Unter den jetzigen Voraussetzungen ist zumindest kein Ende sichtbar. Es ist ein Abnutzungskrieg, der Menschenleben kostet. Und er geht gegen die dritte Forderung, die das Friedensbündnis gestellt hatte, dass dieser Krieg nicht auf dem Rücken der sozial Schwächsten ausgetragen werden darf. Auf ukrainischer Seite sind die sozial Schwachen zur Zeit die, die durch die Kampfhandlungen ihr Hab und Gut verloren haben. Die Infrastruktur wird absichtlich stark beschädigt und das allein gefährdet alle in dieser Region lebenden. Auch wegen der Bedrohung, die zum Beispiel durch den Beschuss von Atomkraftwerken schon dargestellt worden ist. Und es geht über Russland und die Ukraine leider ja auch hinaus. Wir brauchen nur daran zurückzudenken, wie die Lieferkette für Getreide Richtung Afrika unterbrochen wurde und was für eine tiefgreifende Hungersnot das hätte auslösen können. Alleine bis man das Getreideabkommen verhandelt hatte, hatten weltweit laut Angaben der UNO etwa 50 Millionen Menschen zusätzlich gehungert. Und das Abkommen ist nicht immer respektiert worden. Man kann es auch von seinem geostrategischen Gewicht her nicht mit Friedensverhandlungen gleichsetzen. Aber die vermittelnden Akteure waren nicht allein westliche Staaten und ich glaube, das hat eine Rolle gespielt. Als der Krieg gerade begonnen hatte, erinnere ich mich noch genau an eine Abstimmung in der Generalversammlung der Vereinten Nationen, die in ungefähr derart gestern auch wieder durchgeführt worden ist. Es wurde darüber abgestimmt, den Krieg zu verurteilen. Und dafür haben dann damals mehr Staaten gestimmt, als die optimistischsten Vorhersagen gedacht hätten. Und gestern haben wieder 141 Staaten für den russischen Rückzug aus der Ukraine gestimmt. Was bei beiden Abstimmungen, aber besonders bei der Abstimmung 2022 auch ins Auge gefallen ist, ist, dass China sich enthalten hat, statt sich direkt auf Russlands Seite zu stellen. Es wurde sogar spekuliert, dass dieser Einsatz China sehr verstimmt hatte. Heute hat China einen Zwölf-Punkte-Plan vorgelegt. Ich weiß nicht, ob ihr schon Zeit hattet, reinzulesen. Ich habe es mir mal in meiner Mittagspause kurz angeschaut. Man muss dazu sagen, auch wenn China sich als neutral darstellt, ist es relativ offensichtlich, dass China sich im Laufe des Krieges immer wieder auf Russlands Seite gestellt hat. Dass sie den Krieg immer noch eine Krise nennen, ähnlich wie es eben in Russland der Fall ist. Und wir müssen alles, was jetzt vorgelegt wird, kritisch beurteilen. Denn wir können nicht voraussetzen, dass es China darum geht, hier irgendeiner moralischen Verpflichtung zu folgen, das Leid der Menschen zu verringern. Aber wir müssen uns zumindest ansehen, was da kommt und uns überlegen, inwieweit wir mit China auf der Vermittlungsebene arbeiten können. Denn viele der Verluste, die Russland in Europa gerade macht, versucht man Richtung China wieder wettzumachen. Wenn wir aber von der Seite aus mehr Druck machen, haben wir irgendwann eine Chance, Russland an den Verhandlungstisch zurückzubringen. Nicht aus einer moralischen Verpflichtung heraus, sondern aus diplomatischer und finanzieller Notwendigkeit. Und das passiert vielleicht nicht sofort. Aber es ist offensichtlich, dass wir uns in einer langen Abnutzungsphase befinden, das wird uns zwischen beiden Seiten aufgefallen sein. Und irgendwann muss das für einen Waffenstillstand reichen. Dann stellt sich natürlich immer noch die Frage, wie es weitergehen soll. Spätestens nach dem Massaker in Butscha hat die Ukraine natürlich kein Interesse mehr daran gezeigt, irgendwas zu verhandeln, sei es der Status der Krim oder der Eintritt in die NATO. Aber es stehen Menschenleben auf dem Spiel. Vielleicht lässt sich mit einer breiter gedachten Vermittlung und Beteiligung der UNO am Kompromiss eher ein erster Ansatz erarbeiten. Das Problem ist, ich weiß es nicht. In den meisten Sachen bin ich mir bis heute ziemlich unsicher. Viele Leute haben mir schon widersprochen und vielleicht haben sie recht. Aber ich bin immer grundsätzlich für eine nicht-militärische Lösung. Denn die Verlierer von kriegerischen Auseinandersetzungen sind immer Menschen. Das war im Zweiten Weltkrieg der Fall und das ist jetzt auch immer noch so. Und das ist natürlich nicht nur in der Ukraine der Fall, sondern in allen Kriegsgebieten auf der Erde. Und deswegen müssen wir als Unterstützer für uns endlich definieren, unter welchen Bedingungen wir auf Gespräche drängen sollen. Für mich ist die Antwort klar, dass sie jederzeit eingefordert werden müssen. Aber ich hätte es mir von der Bundesregierung immerhin dann gewünscht, als die Ukraine gerade die Oberhand gewann und viele ihrer Gebiete zurückgewann. Denn immer, wenn eine Stadt, sei es Kherson oder Kharkiv oder eine andere, wieder unter ukrainische Verwaltung kam, setzten irgendwann die Bombeneinschläge ein, die Menschen das Leben kosteten. Aber man weigerte sich damals mit der Begründung, dass es doch vorangehe. Aber jetzt ist doch immer noch Krieg. Wenn wir wieder in so eine Situation kommen, dann können wir uns doch hoffentlich zu Gesprächen herablassen. Wenn wir Waffen liefern, dann ist das vor allem ein kurzfristiges Mittel zur Selbstverteidigung. Waffenlieferungen werden niemals Frieden schaffen. Wenn wir denen wollen, müssen wir uns damit abfinden, dass wir wieder mehr diplomatische Initiativen mit unterschiedlichen Gesprächspartnern brauchen. Auch wenn die Kriegslogik sich inzwischen in viel Lichter eingebrannt hat, müssen wir allein aufgrund unserer Geschichte immer zuerst in nicht-militärischen Lösungen denken und hier alle Mittel ausschöpfen. Ich bin nach festen Überzeugung, dass wir das jetzt noch nicht tun. Und dadurch machen wir uns mitverantwortlich für das Leid von vielen Menschen. Alleine mit den Mitteln, die wir jetzt anwenden, schaffen wir eine Rüstungsspirale und keinen Frieden, sei es die Abwesenheit von militärischer Gewalt, politische oder zivile Gerechtigkeit. Ihr könnt mir jetzt vielleicht in einigen Dingen zustimmen, in anderen widersprechen. Ich kenne zum Teil die Leute, die hier sind. Ich weiß, wie eure Einstellungen sind. Elmar Rachle ist ja zum Beispiel hier auch vom ökumenischen Friedensgebet. Ihr habt ja neulich erst an alle regionalen Bundestagsabgeordneten hier in der Region einen offenen Brief geschrieben, in dem er Waffenstillstandsverhandlungen fordert. Und ich weiß, es gibt viele dieser Initiativen hier. Ich weiß auch, dass es aber vor allem außerhalb unseres Rahmens viele Leute gibt, die das Ganze sehr skeptisch sehen. Und ich hoffe einfach, dass wir es zumindest in diesem Jahr noch schaffen, in der Debatte ein bisschen offener zu werden, sie ein bisschen breiter aufzustellen und vielleicht einer friedlichen Lösung näher zu kommen, sie vielleicht sogar schon zu finden. Ich muss diese Veranstaltung jetzt offiziell beenden, aber ich hoffe, dass wir hier noch einen regen Austausch zwischen all den Friedensinteressierten schaffen können. Und ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag und Abend. Applaus Ich kann also nochmal bedanken für die Veranstaltung. Ich finde es wichtig, dass wir hier in solchen Sachen aktiv werden. Ich glaube, man muss doch die Frage beantworten, wie kommt es? Gut. Gut. while